Warum hast du SUI so hochgestellt? SUI. Ich sage dir, warum ich SUI so hochgestuft habe. Also, ihr habt ja meine Kriterien gesehen, die ich persönlich für eine gute Smart Contract Plattform sehen will oder womit ich weiß, okay, die wird im nächsten Bohrern gut performen oder die wird sich gut entwickeln. Und von der Recherche jetzt hier, von dieser Studie, habe ich mir ein paar Smart Contract Plattformen angeguckt und geguckt, was hat sie denn jetzt ausgemacht? Warum hat, sagen wir jetzt, Algrin im letzten Bohrern nur ein 23x gemacht? Warum hat Trond nur ein 22x gemacht? Aber sowas wie Matic hat ein 900x gemacht oder sowas wie, was ist noch ein gutes Beispiel? Sowas wie Cardano zu der Zeit war auch gut. Warum hat Cardano ein 160x gemacht? Und dann habe ich gemerkt, das, was viele Leute kritisieren, diese VC-Investoren, sind unfassbar wichtig. Diese VC-Investoren bringen so viele neue Partner, bringen so viele Entwickler, bringen so viel Reichweite einfach mit sich. Wir Retailer, wir kaufen Coin ein, wir Retailer kaufen Sui ein und denken uns, ja geil, aber wir sind nur da, um den Anstieg abzubremsen im Bohrern. Viele verpassen ihn natürlich, aber wir tun nicht aktiv viel fürs Projekt. Natürlich erzählen wir vielleicht unseren Freunden davon, ja, ich habe Sui gekauft, aber was wir im Gegensatz zu einem VC-Investoren tun, zu einem VC-Investor, ist nichts. Die leisten so viel fürs Projekt, bringen so viele neue Partner. Deswegen, gute VC-Investoren. Haben diese VC-Investoren in der Vergangenheit was geleistet? Haben sich gute Projekte ausgesucht? Haben die Namen? Sind sie groß genug? Das ist wichtig. Zweitens gibt es Entwickler-Inzentiven. Dieses Smart Contract Plattform kommt neu dazu, auf einen Markt, wo es mittlerweile 20, 30, 40 gute Smart Contract Plattformen gibt. Alle wollen von Ethereum abstauben. Warum sollen Entwickler jetzt kommen, nicht auf Ethereum aufbauen und lieber auf diese Smart Contract Plattform aufbauen? Was haben sie von Nutzen? Du baust als Nutzer, als Entwickler auf Ethereum aus, hast ein riesen Ekosystem, kannst sehr leicht überall rüber swappen, hast Anbindungen zu jedem anderen Ekosystem und du hast automatisch große Nutzerzahl, findest leicht Nutzer, die es nutzen. Und Ethereum hat sich als Standard etabliert, man kann sehr leicht Entwicklermaterial finden. Warum soll ein Entwickler jetzt kommen, der seine ganze Zeit, seine ganze Arbeit investiert und eine andere Smart Contract Plattform aussuchen? Es gibt dafür nur einen guten Grund und das sind Entwicklerbelohnungen, Entwickler-Inzentiven. Es muss sich lohnen. Diese Entwickler investieren sehr viel Zeit für ein Projekt und müssen auch Geld verdienen. Und da der Kryptomarkt noch nicht genug Anwendung hat, dass man direkt bei jedem neuen Projekt gut verdienen kann, gibt es halt diese Entwickler-Belohnungen, Entwickler-Inzentiven. Und die Smart Contract Plattformen, die verstanden haben, dass die Entwickler, die eigentlichen Kunden sind und nicht wie Endverbraucher, die werden gut performen, weil die bieten Entwickler-Inzentiven an, die haben gute VC-Investoren, sie bieten Entwicklermaterial an, sie machen es dem Entwickler so schön zu Hause, quasi wie es geht. Und deswegen gute VC-Investoren, Entwickler-Inzentiven, das ist immer sehr wichtig. Beides hat SUI und SUI nimmt in letzter Zeit wirklich Fahrt auf. Hier von 26 Millionen im Oktober, 30 Millionen im Oktober, hoch auf 210 Millionen. Ein 7x in ein paar Monaten. In drei Monaten. 7x im DeFi-Volumen oder im Glockenvermögen. Wenn man hier dröst, alles grün, es kommen neue Plattformen dazu und wenn man sich die DApps anguckt, ich glaube auf DApp Radar ist SUI gar nicht so stark, aber da sind natürlich halt einfach nicht alle Apps gelistet, alle DApps gelistet. Oder war SUI nicht mal auf DApp Radar? Ja genau. Ich glaube SUI hat, das auf einem eigenen Explorer, kann man die ganzen DApps sehen. Und wenn man sich die ganzen DApps anguckt und einfach mal News verfolgt und sich immer wieder jede Woche ankommt, was kommt dazu, tut sich was auf diesem Netzwerk und wenn ich mir das angucke und die Entwicklung sehe und den Vorschritt, dann erklärt sich das von alleine, warum SUI so hoch gestuft wurde. Vor allem, weil mich Leute immer fragen, oh Big Daddy, du stellst jetzt wieder einen Coin vor, der ist nicht mal im grünen Bereich, warum stellst du es vor? Und dann gehe ich halt viele Coins durch, stuf sie eventuell in den roten Bereich, kann nicht mal ein Video machen und dann freue ich mich, wenn ich sowas wie SUI dann finde, was endlich dann auch im grünen Bereich kann, dann kommt es auch gut an bei den Leuten. Ja, der Explorer lädt jetzt nicht. Ich glaube, das war hier in dem Explorer, kann man die ganzen neuen DApps sehen. Falls jemand hier nach einer Börse für den Krypto-Einkauf sucht, so kann ich klipp und klar mit bestem Gewissen BitWafo empfehlen. Günstig, sicher und EU-reguliert und sogar versichert bis 100.000 Euro vor Diebstahl und Hacks gibt es über meinen Link 10 Euro Startguthaben, die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit.